Hier hat es so 4 Scatter, 3 Stücke in der Reihe gesetzt und den letzten so eklig versetzt. Da habe ich gedacht, komm macht 5 Scatter jetzt, das ist nur 50 Cent, aber egal. Magic halt, soll er verlängern jetzt. So wie ich den geballert habe vorhin. Ich habe hier 3 oder 4 Rotationen A60 drauf geballert. 50 Cent jetzt. Da war auch den 1. Spiel, das wir vorhin noch spielen hatten. Verlängerung gegangen hier. 4 Scatter reingegangen. Ja, das spielst du eh gleich, den Merkur hier. Ja. Gar nix, Digga. Nix. Zero. Scheiße. Also die 10 Auge, die ich eben da extra gekriegt habe. Das war gar nix. Da machen Ralf Pails für Europa. 50 Cent. 2 Euro. Ah. Auf den letzten Spin. Reingepusht. Komm ran an die Burg hier. Auf den Zweier jetzt. Witziges Video, ey. Hammer geil. Ja, jetzt aber mal aus. Ja, jetzt mach. Digga. Jetzt muss er verlängern bei dem Symbol. Auf den letzten Spin auf den Zweier reingepusht. 4-4-2. Hast du gehört? 8-5. Ah, jetzt vielleicht. Ja, scheiß Symbol. Auf den letzten Spin war auf 0 Euro. Hat er dann 3 Bücher gemacht. Voll von dem. Er soll verlängern, Alter. Steig war gut. Ein witziges Video auf jeden Fall. Ja. Tot. Bei dem Symbol. Aber nicht so tot wie vorhin die Kiste. Na komm. 2 Euro fach. Ich meine 3 hat es jetzt. Ja, mal gucken ob er gleich nochmal reingeht. Letzte Chance jetzt hier. Und bleib ich auf. Ist auch. Ja, Auswand. Egal. Ach, Auswand. Also wie es weiter geht auf dem Kanal. Nächstes Video. Ich cutte das jetzt hier. Weil sonst werden die Cuts zu lang für Insta. Wir ballern natürlich weiter. Also Peace. Maximale Ansatz. Das war witzig. Ja, da kriegst du ja mal einen. Da kriegst du ja mal einen. Nimm den. Nimm den. Nimm den raus.